Es war jetzt so aufbezogen, dass ich noch nicht rausgesprungen, nicht wahr? Ich bin mir grad ziemlich sicher, dass es grad da aufbezogen war. Dieses drei Tage... Ich wusste es, der gar nicht. Ich war grad am PC. Ich bin nicht auch nur mal... Ja, nur mal der Gestellte. Nee, das war aber auf den Nick gemeint. Mhm. Drei Tage später, bis ich die Einladung bekomme. Du so sad. So sad. Ja, aber wenn du ne halben Stunde weg bist, dann schreibe ich nachher gleich Philippe statt, dann kommt dann ja, ob da um 8 ist und er mitzocken will. Was, wenn er auch Nein sagt, Uff, Digger, belastende Situation für dich dann. Sorry, wollte ich den Hinweis? Ja, ja, ist schon gut. Nicht, dass ich jetzt hier Fortnite streame und bin in Dauntless drin, weißt du? Das sind zwei verschiedene Spiele, man mag's kaum glauben, aber ist so. Yes, gib mir ne Waffe! Oh, kleine Hörer, direkt wegfinishen hier. Warm, Junge! Hm. Hm, ich brauch ein paar Mads. Noll. Was los? Ach, Hitze? Ich hab Verbände? Wo bist du eigentlich? Ach, du bist da unten direkt. Okay. Kannst du den markieren? Da, 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 da! Das war Digger. Man kann den. Du, 31er, Alter. Du, kleine, dreckige 31er. Ich hab dich gerecht, Bruder. Ich hab noch mehr Steps. Drei Einzinsen, David. Hehehehe. Es gibt einmal 187. Junge. Es gibt einmal 187 Straßenbande. Jetzt gibt's hier einen 30er Straßenbande. Mhm. Die allerechten Digger. Wir sind hier gewesen, bevor's cool war. Lass mal kurz auf. Es war ein Mini. Ehre. Wir waren hier gewesen, bevor's cool war. Gehst du zum Bus? Da bist da einer. Achso, du hast auch. Geht immer hier. Geht immer hier. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wenn du jetzt stirbst, bist du ehrenlos. Es sind drei. Es sind drei. Es sind drei. Es sind drei. T.T. T.T. Lauf. Oh, ich hab einen wieder gestreckt. Einer ist noch am Leben. Ich hab einen geholt. Du hast den anderen. Hast du noch einer? Ah, ich wollt grad sagen, ich hab Schiss, weil ich so böse ich Leben hatte. Die hab ich doch geholt. Auf Ehrenbasis. Ehre genommen. Junge, ich hab vier Kids. Das ist meine erste Runde heute. Bruder. Shifty ist Ehre, Digga. Shifty ist einfach Ehre. Ich hab doch deine grüne Arcane, falls du die noch haben willst. Oh Leute, meine Lebensstimmen muss mich noch heilen. Ganz vergessen. Nutzen wir das Lagerfeuer hinten gleich? Ja, klar. Ich muss erst mal. Hier sind noch Verbände. Ich kann nur noch welche mitbringen. Da kommen wir voll. Kommst du echt? Deine Arcane? Ist auch noch eine MP, wenn du eine haben möchtest. Ich bin der auf dem Weg. Bin gleich der. Country Roads. So, ja, warte schön. Nimm die. Guck mal, das wollte ich diese Runde auch machen. Mit der Frisbee. Ich hab die jetzt extra ausgerüstet gehabt. Ich hab's. Shit. Ich hab's eigentlich schon seit gestern ausgerüstet, aber voll vergessen. Immer wieder. Weißt du, was voll Ehre wär? Wenn man, äh, Leben bekommen würde, wenn man jemanden tötet. Ich fand das so geil, ne? Ich find's so scheiße. Ist das so geil, ne? Ich hab's rausgenommen haben. Sag ich für das beste Feature. Ah ne, ich fand's kacke. Ja. Hallo, du konntest da schön reingehen. Du warst immer voll. Wenn du da Tilt gegangen bist, dann konntest du richtig einmal durchradieren. Ja, aber jetzt gibt's ja keinen Sinn mehr, weil der Tilt... Okay, irgendwo muss man zugeben, wer ist eigentlich schon besser, weil... Und man kann ja eben wieder die Mates wiederbeleben. Das heißt, jetzt, wenn man die finisht, können sie den wiederbeleben. Ja, deswegen. Aktuell, ja. Damals war's kacke, jetzt ist es eigentlich ganz gut. Deswegen würde es wieder Sinn angeben. Ja, da war's ja das absolute ultimative gefinisht. Da sind ja alle durchgerannt. G'down, zack, gefinisht, Digga. G'down, direkt gefinisht. Noch, du hast auch g'down, Digga. Oh, nochmal direkt gefinisht. Jetzt aber, dass ich aber keine Minis gefunden hab, ne? Außer die von den Gegnern. Belastend, Alter. Belastend. Einer, den Kuffi. Naja, das ist jetzt meine. Da hab ich das Schlittlager vorher hier nicht markieren kann. Oh shit, Zone kommt. Wir sind grad so drinnen, Bruder. Knapp. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Gut, dann nimm du zwei Minis. Gib mir ein Mini und ich gib es zuerst. Achso, okay. Gut, dann den. Ich wollte jetzt grad einen Plan machen. Bruder, ich mach mir Plan. Bruder, ich schwör, ich mach mir Plan. Glaubst du Kopf zerbrochen, Junge? Nasenbluten. Bo 200. Bo 200. Easy. Ehrenlos. Ehrenlos. Ja, beide 150. Ob ich den jetzt genommen hab oder einer von euch, das ist scheiße kalt gewesen. WTF? Ich hab keine 150. Ach du, Alter, hinten ist noch ein Lager voll. Das stell dich nicht so an. Sven hättest dringender gebraucht wie du, Alter. Was bist du für ein Ehrenloser? Ha, ich brauch's jetzt. Wer hättest dringender gebraucht? Wer wird hier gerade von hinten angeflankt? Ich oder wer von euch? Hä? Was kenn ich jetzt dafür? Scheiß Jerome, Alter. Kann mir so ein absoluter realer Nose kennen? Wollt mich angreifen. Die Minis kann ich mitnehmen? Ehre. Ehre. Ehre und Loot genommen. Dank meinem Biggie, den ich genommen habe, hab ich wieder Platz frei gehabt für die Minis. Jetzt ist die Frage. Mir fehlen 10 HP. Ich könnt mir noch 10 mit Blue Life geben. Was? Kannst du mitnehmen? Soll ich die mitnehmen? Okay, ich nehm die mit. Oder den. Du kannst den einfach eintrinken. Den einen. Ja, okay. 10 Blue Life. Okay. Ey. Da kommen welche angeflungen Jungs. Das ist bestimmt dein Team. Wo kommt von wo? Boah, Telefon. Ach, da hinten, Alter. Steißiges Leben. Steißiges Leben. Der piekt oben auf dem Berg, ne? Muss aufpassen. Der glaub ich ne Sniper. Warum bin ich hier hinterm Baum. Ja, der hat ne Sniper. Ah shit. Was ist da hinten los, Alter? Was für Explosionen? Ich glaub das sind die Granaten. Ich glaub das sind die Granaten. Ah, der Typ da oben ist tot. Hast du den getötet? Ne, ne? Der muss den anderen getötet haben. Ne. Und hoch? Oh komm, lass uns mal gucken. Jetzt kommen bei der Ahlen sind noch drei andere Typen. Die hab ich weg gemacht. Ah, guck mal. Der Typ ist tot. Merkwürdig. Ach Leute, der hat noch Minis gehabt. Hier sind noch drei Stück, falls du die mitnehmen kannst. Ja. Bist du immer noch am Telefonieren oder bist du schon wieder da? Ich war grad am Telefonieren, hatte aber mein Controller in der Hand. Ich hab halt eben nichts gehört. Ich wollte nur wissen, ob du da bist oder nicht. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Naja, das ist cool. Oh, da sind noch zwei Kisten auf Ehrenbasis. Aber wer hat den getötet? Der war ja auf einmal weg. Jo. Ach guck mal, du wolltest einfach schon einmal gut. Du Geierst einfach. Du bist so ein Geier, ne? So ein Geier. Ja, Alter. Danke. Ich war zuerst an der Kiste. Ja, aber ich war zuerst hier unten. Ich hab die schon beschlagnahmt mit meiner Anwesenheit. Und da kommst du, du 31er. Ja. Wo steht der Name drauf? Wo steht der Name drauf? Komm. Wo steht der Name drauf? Soll ich zeigen, soll ich zeigen, wo der steht? Hier, komm mal, komm mal, komm mal. Da ist die Kiste. Zeig, komm. Dir zeig. Guck mal. Da ist schon mal das S. Und da ist das Z. Abkürz, wofür seid du zähliger, Digga. Siehst du das nicht? Hier, guck da ganz deutlich. Da. Das ist kaputt gemacht, du 31er. Ich seh's nicht. Wo? Komm. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Wo? Wird die Minis nicht mitnehmen? Ja, kein Platz dafür. Miese Zeiten. Impulsgranaten mitnehmen. Aber kein Platz für Minis, Digga. Miese Zeiten, Digga. Miese Zeiten. Kein Platz mehr für Minis oder so. Miese Zeiten, Digga. Ganz miese Zeiten. Ich wollte jetzt sagen, jetzt... Tod, Alter. Ups. Gleich da vergessen mitzunehmen. Bruder. Ich wollte mich direkt reinbusten. Wenn ich schön hier hinten aufs Haus gehen kann und dann meine Kiste. Ich hab die Kiste beschlagt mit meiner Anwesenheit. Da steht mein Name. So fühlt sich jede Diskussion mit dir an. Ja. Irgendwie komme ich nie mit Schwung da aus. Ja, du bist die Person nicht so behindertet. Naja. Irgendwie nicht, ne. Irgendwie nicht. Das ist der beste Konter, der dir eingefallen ist. Irgendwie nicht, ne. Das musst du grad sagen. Das musst du mit deinem Konter sagen, Digga. Aber mir erwartet man so ein bisschen schlechten Konter bringt. Aber mir erwartet man so ein bisschen schlechten Konter bringt. Ich hab ihn für einen 50er Headshot. Noch einen 22er hinterher. Der hat kein Chill mehr. Komm ins Hessen. Flieg! Flieg! Ich hab ihn dir. Tötest du den irgendwie? Oder? Ich hab ihn aufgeserken. Ach, das ist ja. Ich glaub, der ist hier oben, ja. Bei mir. Und nicht nur einer. Ja, ist doch nice. Er vor uns. Oh, oh, die pushen, die pushen. Wie lange hab ich stark jetzt gedrückt? Den hab ich schon. Ich, was? Wie hittet das mich? Junge, der ist so. Der eine, der runterkommt, der ist low. Den hab ich auch nicht, den hab ich zweimal weiß gegeben. Der müsste maximal 30 Leben haben. Den müsste mit einem Schluss tot kriegen. Der ist chillt hier. Haben. Wieder absolut zu spät gekommen. Nix abgekriegt. Geht er? Hier ist auch noch einer. Oh, Schreiflinge. Ich glaub, der mal gefinisht, der hier lag. Geht er! Ah, fuck. Hab ihn. Noch ein Gegner hier, oder war's das? Eigentlich müssten das halt gewesen sein. Das ist ja der absolut merkwürdige Runde, Alter. Kommen alle rein, kriegen irgendwie nix geschissen. Wir schießen hier einfach weg. Auf jeden Fall hat er mir da auf Ehren ein Skar mitgebracht. Das fand ich nice von ihm. Ich hab noch Minis, ich hab noch Verbände. Und hier und das Verbandskasten. Ich hab Medi. Ich brauch Minis. Auf Weg. Ich bin links zwei Verbandskästen. Aber du machst aber einer zu viel. Oh, kann ich doch wiedergeben. Oh, da gibt's den Sensen. Hättest du Sensen, dein Leben sieht auch nicht so gut aus. Kein Problem. Hier, genommen. Du bist jetzt. Na, ist doch besser so, Digga. Jetzt hast du jetzt vernünftig leben. Jetzt kannst du ein bisschen was schlucken. Wie sonst immer. Ja, also ich soll so viel schlucken wie deine Mama letzte noch bei mir? Oh, kein Problem. Direkt auf Mutter gehen, Digga. Mehr kannst du nicht. Boah, aber das ist eigentlich noch möglich, wie sie geschluckt hat bei mir schon. Absoluter Milchfand. Da geht nur auf Mutter, Junge. Naja. Naja, ja, ja. Äh, naja. Also deine Mutter ist schon mehr so, naja, naja. Die wird halt nicht weiter zu sprechen kommen. Guck mal, wie ich auch immer heute auf der Mutter rumreite, ne? Du, alter. Du widerlicher Mensch. Du widerlicher Mensch. Der Typ, der immer als erster auf Mutter geht, alter. Ich mach ne normalen Disc gegen ihn, alter. Der kommt, der geht da direkt. Ich, das sind auch bei deiner Mutter. Ne, 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 ne. Das war einmal. Ich hab mich geändert. Ich bin ganz anderer Mensch jetzt, Alter. Ich hab mich geändert. Illegal. Digga, das ist schon über, das ist schon über einen Monat her. Ich hab mich geändert, Junge. Ich bin jetzt ganz anderer Mensch, Junge. Ganz anderer. Das ist wie die Aussage von Joli. Drei Wochen später. Boah, ich hab mich geändert. Ich weiß meine Fehler und dann nächstes Video. Boah. Ich bin wieder pädophil, Allah. Ja, aber dieses Video, aber das ist bei mir noch nicht gekommen. Verstehst du? Ich bin immer noch auf Entzug. Was für kleine Kinder? Was meinst du jetzt? Ne, von deiner Mutter. Ah. 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 Jetzt fängt er wieder an. Jetzt ist der Entzug vorbei. Ja, weil das auf deine Mutter bezogen war. Weißt du? Das ganze Gespräch. Da kamst du auf einmal mit kleinen Kindern an und hab ich gesagt, worum es geht. Es ging halt um deine Muttersprüche, also auch deine Mutter. Du bist wie Jo Aliella. Du bist wie Jan. Ja, deswegen spiele ich auch mit dir, mein kleiner Männerjähriger Copane. Pass auf deinen Anus auf, Alter. Ja, da vorne ist der Gegner. Ja, das sind mehrere. Das sind drei Teams. Durch den Windkanal kommen die nächsten, Alter. Bruder. Da würde ich nicht reingehen. Ah. Oh, ist das doch einer von hinten, by the way. Ja, ja. Ich hab ihn auch nicht jetzt gedrückt. Oh. Das meinte ich mir vorhanden. Den hab ich geholt. Den. Rein. Ich find ich zwei Ligen gedownt. Was macht Schäfer? Läuft bald hinter die Gegner rein. Ey. Der wird gerade wiederbelebt, oder? Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ey, ich kann nicht gegen alle auf einmal kämpfen. Lass mich erstmal, erstmal kurz ein bisschen chillen. Wo seid ihr? Ja, die wurde schon gefinisht. Die Hohensöhne, Alter. Ja, genau. Da bei uns sind drei, ja. Hat zwei Lowlife. Jetzt haben wir Short-Scrand drauf. Strand hier. Was ist das? Und der Wehrwolf müsste Lowlife machen. Ich durfte da. Ich sehe die Schmählichkeit aus hinten rein in den Diker. Jo. Ich hab elf Kills. Das ist meine erste Runde heute. Das ist meine allererste Runde. Meine allererste Runde, Digga. Ich bin nie weg gewesen, Junge. Ja. Du kannst das noch vielleicht annehmen. Das kannst du nicht mehr überleben. Ich würde auch nicht mehr. Ist vorbei. Natürlich ist es vorbei. Ich kann keinen von euch mehr überleben. Das ist eine absolute Dreckskarte hier. Baby, hör nicht auf zu singen, Junge. Diese Engelstimme. Hör auf. Hör auf. Hör nicht auf. Ja. Ja. Ja, Mann, Alter. Oh, mein Gott. Warum hast du aufgehört? Das ist ja vor dir, Alter. Stimme kackt ab. Das klingt, als würde ich ein Kind würgen. Ich erinnere mich an einige Zeiten. Falle drin beim Tod. Alter, voll unauffällig, Alter. Da wird keiner drauf kommen, dass da eine Falle drin ist. Natürlich nicht, Alter. Einfach so, wir auch, Digga. Es ist zwar der EQ-Fall hier. Niemand kommt. Wie you all hier auf dem Kindergarten. Ich stell' vor, du platziert aber so eine Falle auf dem Boden. Und die Typen raffen sich, schauen nach oben, laufen rein, voll in die Falle rein. Ehre. Legende, Junge. Legende. Ehre. Legende, Bruder, Ehre. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Legende, pass auf, pass auf. Wartet noch. Die sind noch in der Zone. Ich krieg, ich krieg 13 Kills für diese Runde. Auf Ehre, Alter. Ich chill' jetzt noch. Da chill' ich jetzt noch. Guck mal, guck mal hier. 13 Kills. 12 Kills. 12 Kills. 13, Alter. Auf Ehre. Erste Runde heute. 13 Kills. Bruder. Ist doch lecker. Das ist doch lecker. Die restliche Runde des Tages werde ich reinscheißen. Man kennt ihn, Digga. Man kennt ihn. Das war als Der,sters. Das war's für heute.